Los geht's! Wenn ich nicht mag, nix sondern Sinn, weil ich ganz ausm Heißel bin. Das wird doch nie der Depression, mir geht's schlecht. Dann geh ich nieder mal ans Telefon, weil ich nix und niemand hier nicht. Wenn's in der Frühe nieder mal aus deinem Bett aufstehen magst, ist's von andern verdruckst und am liebsten gar nix sagst. Die Arbeit fällt schwer wie nir, die Wohnung versaut. Die Kinder fühlen zu laut, grad dass man nicht noch zuhaut. Das nennt man leichter Depression, Schwermut, Vertruß. Da darf man froh und meppern sein, für den man sich zusammenreißen muss. So kennst du das nicht, wenn gar nix mehr geht. Wenn dich keiner versteht, kennst du das nicht. Das nennt man dann eine Depression, Melancholie. Und wenn mich die so fliegt, dann brauch ich die dich. Das nennt man dann, wenn mich die so fliegt, dann brauch ich die dich. Das nennt man dann, wenn mich die so fliegt, dann brauch ich die dich. Das nennt man dann, wenn mich die so fliegt, dann brauch ich die so fliegt, dann brauch ich die dich. Vielen Dank.